Unter Aufnahme sofort wieder starten... Oh geil, das Wasser ist wieder schön grün Da sind wir auch wieder der halbe Server, ne? Wie immer Ja, sind wir auch schon gewohnt Überzeit Wo ist es selber ausgespawnt? Noch nicht. Ja, der kommt gleich Ja, haben wir nochmal geschrieben Ich geh jetzt auf mein Handy gucken Wo waren wir jetzt hin? Äh, VTO Kakashi wollte noch hier zu uns kommen Hm Ah, die Stunde Äh, Kakashi kommt auch noch, der wartet noch auf ihn Irgendwie sowas Äh, Gogo Westview Ja Gut Servo ist auf dem Weg Wo ist ein Blue gerade? Päckchen einpacken Ah, okay Los Aber da denke ich genug Ja, wenn ich kann... Ich kann dir noch ein Päckchen geben Äh, für WTO Ich hab dann nämlich vier Stück von Ich hab oben einen Ich hab jetzt noch welche gefunden Ja, ich hab eins aufgehoben Also wenn's nicht reicht bei deinem Level 31 Dann geb ich dir gerne noch ein Päckchen Ey, es sollte reichen Alles klar Haja, auf geht's, go go Wo sind wir gehen? Äh, Westview WTO WTO Ich komm mal kurz auf der Karte Äh, Zerbi geht glaub ich ins Waste Land Oh 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 Dann fremst du selber nicht? Nö Okay Wahrscheinlich schon, aber ich hab nix anderes momentan Mal spiel ich jetzt mal mit der Crew Ja, ich hätt dir Crews geben können Oh Also, nicht nur eine Oh Kommt ihr? Mhm Arm juckt So Geiler Sound Geiler Sound Also, wenn ihr noch extra Leveln wollt, dann Waller ich gern mit der Crew rum Was ich aber geil finde, ist in Never Ja, dass wenn man im TS ist oder so Dass man eigentlich dann immer gleich friendly ist Mhm Ich hab jetzt noch, selbst hab ich's noch nicht gemacht Und auch noch nicht gesehen, dass irgendwie dann Einer gesagt hat, komm zu uns im TS Und dann haben die einen einfach abgeballert Oh ne Das wär nämlich richtig assi gewesen Also, ja, trifft man sich pump, weil da hast du den weg Dann bist du da bist nicht der Der Arschloch in Never einfach Ne, das Arschloch Ja Ja Wo ist ein Cerberus? Achso, der ist da vorne links Chillt, ähm Im Käse oder so Ja Da oben steht er Ey, baller den nicht ab, das ist Servi Ich spür es, ich hab da oben drüber geschossen Achso Ja, go inside Äh, nein, 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 nein Du bist da Du bist da Du bist da ernsthaft hochgeflogen Hä? Ja, wenn der Attack will happen in 10 ist, dann würde ich sagen, eigentlich geben wir schnell zu Westview Zweimal Schnell zu Westview, dann wird, äh, Riverside, äh, Lakeside hoffentlich irgendwie Es kann aber sein, es ist erst Museum und Riverside, ja Dreimal, Riverside auf jeden Fall Vorne ist ein Spieler, noch einer Ja, zwei sind von, äh, zwei sind wir da Ach, Blue Ich dachte, sie standen alle dort Ja, Lakeside wird ein anderer Attack sein Ja Ja, sind's doch fünf Naja, auf geht's Ich glaub, ähm, gegen Servi kommt er mit Kakashi, dann wartet er aber nicht auf den MTS So hab ich das jetzt verstanden Ich glaub, gestern hat das richtig schlimm ausgesehen, so sieben Leute oder so mit, äh, alle mit Military Backpack laufen, laufen, äh, entlang Okay Oder Killer droppt Ja Da haben wir Reaper gefarmt Oh, droppt noch eh nix Nee, nur der auf der Autobahn Ah, auf der Autobahn droppt Also die Crawler droppen Ja, gut Auf der Autobahn, okay Crawler Was hält'n hier? Okay Ach, da, da rechts Was macht'n hier da hinten drinne? Morgen verkaufen Ach, da ist Westview, oder? Boah, Alter, ich bin daneben gelaufen Ich hab'n schon gedacht so Ich hab'n schon gedacht so, wo lauft die Hiddy Boah, nicht blöd So, das ist jetzt der vierte Ah, ja gut, bin da Gleich Der vierte Attack will happen, also Lakeside ist auf jeden Fall da Aber leider kann ich nur allein Ja, wir sind 17 Zwölf Stück, die überkillen können, vor denen vielleicht die Hälfte oder so ist ein Lakeside rumquimmelt Flur, welches Level bist du? 30, glaube ich Ok 30... 29 Da Sollte, glaube ich, reichen Blue Trader Da noch Nice Noch nicht 31, gell? Äh... Noch nicht 31, gell? Eins hab' ich noch danach Danke Keine... Exchange Items Trade succeed Du hast eine Crew? Ja, ich geb' dir kurz eine Ich kann nix tauschen Ja, ist kein Problem, ich hab' noch genügend Shit Hier gibt's keinen, äh... Oh... Hier gibt's... Da kannst du ja keiner machen Ja, dann hab' ich keine Dann hab' ich na... ich hab' noch ab, wenn du willst Ne, ist... Dann ist das egal, wegen der Munition Fünfmal Attack will happen, Alter Ah Dann pack' ich mir auch noch mal extra Muni ein Das ganze Geld, das wir erfarmt haben, ist wieder weg Mal schnell Ja, 20.000 hab' ich noch Äh... Ektro? Ja? Äh... 350 350? Ja, sollte gehen Okay Ja, kann man gehen, oder? Ja Wenn man gegen einen Spieler fliegt, fällt man dann auch runter Ja Ja Geil Ja, 100 Damage oder sowas, wenn man gegen ein Gebäude fliegt Ich habe noch Sonic Repulsor dabei Ja Ja Anti-Never-Devices halt, ja Komische Dinge halt Heute geht die Aufnahme ganz gut, muss ich sagen Von den Einstellungszeug-Gedöns her Gehen wir am Park entlang, oder nehmen wir die Brücke? Gehen wir Gesundheit Bless you Und nochmal Und nochmal Gehen wir aus Ich weiß Wie sie mich alle vorlaufen lassen, ne? Bist du Ja Gehen wir Überfall Dann Gehen wir Z!!! Einmeer wir sind alle level 31 oder sollte glaube ich wollen wir dann aufs htl hochgehen also auf den halter ja stimmt ist immer noch neblig ich meine wir einen allgemeinen bock hinspieler sehen als der den gespiel kann natürlich auch sein läuft einer auf der straße entlang von euch da hätten es gerade ein crawler runter gesprungen der läuft gerade ins wasser rein ich höre die schüsse die nerven mich htl ist keiner bis jetzt gut dass wir so leise sind museum dann noch kommt der lsz oder vielleicht erst rervo seiten dann lsz glaube ich richtig geil party irgendwas aus w htl rw lsz geht jetzt nicht an drüben haus wo hinter der safe zone museum ist im arsch schau mal vielleicht ist hier ein spieler wenn er gleich party ist dann will ich den lieber sehen als dass ich den nicht sehen 20 spieler auf dem server watch out the demons are almost there mustafa ist da dogsheef und craving clouds sind da die drei könig aber hier ist keiner tower wird gebaut und das ist ein bambi weil der typ war vorhin schon da das ist dieser eine noob da tut mir jetzt schon leid ich würde mich hier voll unbehaglich fühlen mit uns uns allen da rumpimmelnd kein feuer in der safe zone ja kamen 5 kamen 5 dinger ja da hinten ist noch einer wer ist das ffc er letztes riverside hatten wir vier stück kamen bis jetzt einer kommt noch ein paar minuten da ist ein paar mit dem military bei dir bei uns brauchst du woher ich dachte gerade ja 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 er wird geschossen dahinten basso ja ok kommt er ne er geht basso ok verkillt hier draußen ja ja vor lsz sind sie ja ja auf welcher seite ja wo ja hier raus ich markiere dort campenbächer bei rosten dort oben ist einer im basso also in dem käse drinnen seht ihr das oder es ist kein spür äh wo doch da ist einer oben da liegt einer da ja ich sehe den nicht da wird man ja wo 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 er schießt er schießt ja hier raus 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 im haus ich geh ins basso käse äh basso käse ich geh ins bambi käse ich camp auf einem haus oben wo bist du nico ich bin beim äh da wo wir gerade eben alle stand wo wir angeschossen wurden da chillig grad oben drauf also ich lieg da irgendwo also ich lieg da irgendwo man macht dann die markierung im dick boah alter lief wohl doch nicht so gut hat einer von euch geschossen oder einer von denen ich hab den halt ich hab den halt den im basso käse hab ich halt echt nicht gesehen war ich hab den halt den im basso käse hab ich halt echt nicht gesehen war ok es war auch niemand wir sind da hä aber ihr seid im basso käse ja ja ich glaub schon wenn das das der ist äh na ein anderer war in dem anderen käse ok in welchem käse ich glaub der anderen Seite ach und der hat geschossen ja ich hab den zweimal getroffen ja gut dann da drüben oder wie ich bin äh auf dem einen ding wo wir grad waren guck mal das ist nicht ja leider gut so warum denn ich hab bock zu sterben da hat mir 3 hp abgezogen mit nem hit ja bei mir waren es ja auch 3 da wo ich grad bin ist noch keiner die zwei sind doch immer beim anderen käse da sind die oh ich schieß ich schieß wen wo ac impfer ja man den kenn ich ich hasse den ja der hat's verdient ich hasse den ja die reparieren grad ja gut er hat das eine leider geschafft ich hab zu spät hingeguckt er ist wieder da glaub ich irgendein Bambi läuft da ja geht zum letzten Ding kann nicht weg wo ist das äh bei meiner Seite also auf unserer Seite ist äh das ist spät das holt alter wo wo oben der käse warum bin ich tot was steht da das steht da sag ich doch die sind da noch die zwei ich hab nicht mal ich hab nicht mal ich hab nicht mal ich hab nicht mal als gewonnen wer ist wer ist er ist er ist er ist ja Nico ja bitte du bist ein Bambi käse schnell ich hab mich Warum Bambi-Cay? Oh, you shooting it. Ist da ein Sturm? Ja. Alter, krass. Von dem Duguchi. Er ist gerade rüber geflogen. Hector? Yes? An die, an die andere Bildung, da er flying. Where's going? Ja. Ah, da hinten waren die. Kannst du mal wieder herkommen? Ja, wo bist denn du? Im Bambi-Käse. Ja, ich bin nicht hinter dir. Was brauchst du? Na, warte, du sollst noch mal gucken, das kann doch kommen. Ja, das kann ich gern machen. Ich hab ne Maschisse gehört, ja. Ja, der hat sich mit einem Schuss weggepollert. Crew. Die sitzt auf der einen Seite beim Haus drauf. Ja, der steht da. Das waren die beiden, die wir vorher killen wollten. Oh, wie hättest du jetzt auch? Ja, sind in der, da unten. Wie war das? Zum Glück hatte ich schon, zum Glück hatte ich schon. Holte ich mal, ich hab noch von dem Impa, ja? Von dem Impa? Der hatte nix. Hatte er nix. Den Impa, den hab ich weggeworzt. Der hat immer noch nix. Der ist richtig billig. Ich hab schön aufs letztes Device geguckt, wer ist da? Oh mein Gott. Ja, und rein. Blenden. Hey, we are fucking shooting at us. Okay. I think you can hit us. You fucking shooting at us. Who is chill at us? Fuck bef secret. Hey, kannst du mal die Fresse halten? Es nervt mich, dass du redest. Hey, you fucking shocked, you shocked. Oh, er beleidigt mich, ist das süß. Can it? Sh...... Hab das abgedrept. Ich ne, ich find das immer lustig, wenn Leute rein in den Chat. Aber Spaß und Käse gehen. Ne, ich fang den mal voller zu Flamen, das geht nicht. Ja, und man kriegt's halt nicht geschissen, wa? Ja, ich pack's gar nicht. Ich feier das auch immer. Deswegen hab ich's halt an. Meine Flasche warst du aufgehoben? Die hast du aufgehoben, die standen da nebendran. Hast du die nicht gekriegt? Die stehen noch, ja. Jetzt hab ich LSZ-Reparierungs-Cache gekriegt. Ich bin mal da geskalt. Bin gestorben, bin und alles geht. Ja, hast du gestorben? Hä? Ja, aber... Aber LSZ repariert wurde gelappen. Ach so, ja, gut. Das war bestimmt der da drüben in dem Käse noch standen, da hab ich schon gar nicht dran gedacht. Ne, die waren woanders. Die waren, ähm... Wie soll ich's dir sagen, warte mal, ich komm mal kurz hoch. Oder auf dem Wasserturm dort hinten, kann sein. Ich komm mal kurz hoch. Entweder hier an dem Schiefenhaus... Die haben da Rapp nur. Ne, kann nicht sein. Der, der hat einen da Rapp auf mich geschossen gehabt. Die 3 Damage gemacht haben. Also von hier... Ja, ich wurde mit einem neuen Hit weggeholen. Ja, ich konnte nur eine Crew haben. Ich hab auch nicht mal einen Crewschuss gehört. Ja, das war von hier. Wenn du hier ganz gerade so lang wokst. Ja, wo bist denn du? Na, was ist denn mit einem Lootrop? Wollen wir dort hingehen? Oder wo sind die Kacknoops? Die Kacknoops chillen hier. Und... Ich kann es kaufen. Ähm... Was hab ich in Weltvolles dabei? Ach, nix. Hector, do you have a Crew? Ah, ich kann dir jetzt... Ich kann dir einen Reaper-Claus geben und eine Crew. Dann kannst du ihn eventuell tauschen. Ah, nice. Stimmt ja, da war noch was. Gib dir mal zwei, dann hast du, falls du verreckst, noch mal eine. Ähm, kommst du zum Kull? Ja. Alter, Klass ist schon irgendwo... irgendwo am... am suchen. Blue. Yes? Do you need ammo for the gun? Yes, that would be great. I got some. I got some. Passwortkäse ist einer drinnen oben. Blue. Okay. Und chillt da. Oh! Du, 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 du musst nicht hier stehen, um zu strähen. Ah. Okay, ja. Also eine Waffe in der Hand? Ja. Die ist dafür? Oh, man, ich bin noch Vierünüze in der Hand. Ah, Mann, ich bin noch drei, vier Sekunden unprotected. Highlight. Ich stehe ihn, ich stehe ihn. Thank you. Cack nur... Hat aber ne Crew, glaub ich. Muss sagen, der Fragende ist sicher, dass er nicht schießt. Ich hab keinen Bock zu riskieren, Alter, weißt du? Wenn der mich einmal abballert, bin ich weg. Macht er? Äh, ich weiß es nicht. Käse oder was? Was siehst du los? Basso, Basso Käse, ja. Da laufen zwei raus. Zwei Bambis. Hamann. In the house here, there is one player. Ich sehe ihn, er ist oben. Er ist oben. Er sieht zu mir her. Welcher Flur? Der höchste. Der höchste. Das war Tuxi. Ich werde... Oh, er ist hier. Er ist hier. Es ist einer hier. Ein Spieler. Gerade am Eingang? An die Entrance? Er ist bei der Rampe? Nein, er ist einer hier. Ein Spieler. Es ist ein Spieler. pass auf pass auf müssen müssen wir jetzt alle kommt jetzt alle mit oder in den ins käse rein schreibt einer mir irgendwie 345 oder sowas kennen aber nicht so wahrscheinlich na komm lass reingehen zaubert angst ja der trönt mir eh nach so schön wie ein dieser player musste Ich muss kurz einen von Steam entfernen.